Ein neuer Renault Megane ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem blauen Fünftürer Platz. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das Sechsgangsschaltgetriebe überträgt eine Leistung von 110 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 3,7 Liter pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.